Hallo zusammen, heute haben wir Hochwasser. Wir hatten jetzt extreme Regenfälle, hier ist durch die Werkstatt gelaufen, aber eins war zwar wichtiger als filmen, hier läuft noch ein Staubtauger, hier ist man am Wasser kehren, hier hinten hat es gedrückt, hier hat es Wasser, ja und hier hinten ist noch, vielleicht kommt das Licht noch richtig nass, es hat aufgehört zu regnen, aber ihr seht, hier kommt immer noch Wasser, das drückt das Wasser weg, Nein, schon gut, schon passiert. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.